Was sieht denn heute Abend aus? Ja, ich finde es ganz besonders toll, ich habe eine Stimme bekommen vor zwölf Jahren, dass ich in diesem Land ein bisschen Aufmerksamkeit genießen darf. Und diese Stimme nutze ich des Öfteren für soziales Engagement. Heute finde ich die Aktivität, das finde ich ganz toll. Ich freue mich auch schon, Markvorsitz anstehen zu dürfen. Dem muss ich nachher auf jeden Fall noch ein Selfie machen. Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich am Anfang des Engagement ist wichtig. Gibt es da eine bestimmte Gruppe, wo es sagen, das ist besonders wichtig zu helfen? Alle Benachteiligten, alle Schwächeligen muss man auf jeden Fall unterstützen. Ich finde, wir haben ein sehr großes Ungleichgewicht in Deutschland, wie die Verteilung ist, egal in welchen Bereichen. Und da kann man auf jeden Fall mit sozialem Engagement sehr viel machen. Was erwarten Sie persönlich von diesem Abend? Spaß, Friede, Freude und Eierkuchen. Gut, danke. Danke.